Showkochen in der Linzerie mit regionalen Produzenten. Am Speiseplan Kalbfleisch-Rosé aus Wildenau. Wenn wir die Tiere kriegen, kriegen sie einfach mal ein frisches Wasser, eine Milch, ein Hai, ein Stroh, Mais-Silage und das eigene Kraftfurt, also Gerschen, Mais, was eigentlich bei uns daheim wächst. Profikoch Markus Fuchs verarbeitet das Fleisch zu einem Kalbs-Ragout. Wir haben heute bewusst gesagt, wir verwenden einen Kalbs-Hals, das ist jetzt nicht so das Edelstück, sondern vielleicht manchmal auch das Teil, das vielleicht ein bisschen überbleibt. Und beim Hals ist natürlich darauf zu achten, das muss man etwas länger schmoren, da muss man vielleicht die Temperatur ein bisschen niedriger ansetzen am Anfang, aber es ist ein super Ergebnis, weil das Fleisch eben viel, was sage ich, einen Kollagenanteil hat, weil es ein bisschen durchzogen ist und darum ist nach dem Kochen noch super saftig. Es ist das erste Showkochen, eine Idee der Sparkasse Oberösterreich. Landwirte treffen auf Bänker. Grundsätzlich betreuen wir in der Sparkasse mehrere Tausend Landwirte, die wir jetzt in unserem ganzen Einzugsgebiet betreuen. Das dauert sich grundsätzlich auf ganz Oberösterreich und auf das westliche Mostviertel. Wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf ein paar wichtige Punkte. Das sind Hofübergaben, wo die nächste Generation übernimmt, auf Bio-Haltung, auf besonders tierfreundliche Stallhaltung. Das sind die Dinge, wo wir aktiv ansetzen. Zurück zur Kulinarik. Neben Kalbsfleisch kommt auch Hahn auf den Teller. Von den Eiermachern aus Kremsmünster. Wir versuchen so wenig wie möglich Soja oder Eiweiß einzusetzen, wenn dann nur im Prinzip aus regionaler Produktion logischerweise. Und dadurch ist eigentlich der Hahn bestens versorgt mit regionalen Bio-Produkten und Rohstoffen. Nicht nur im Burger schmeckt das Hahnenfleisch. Es harmoniert auch mit Rhabarber und Paprikasauce. Das ist ein Fleisch, das ein bisschen fest ist. Das Brothändelfleisch, das wir grundsätzlich so kennen. Aber wenn man das richtig bearbeitet, schmeckt man wirklich einen sehr guten Händelgeschmack. Oft braucht es eben keine exotischen Zutaten. Regionales reicht aus für Profigerichte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.